Im Bereich der Duschen ist es bei Cludi unser Ziel, mit einer möglichst einfach verständlichen Sortimentsstrategie jedem Kundenwunsch gerecht zu werden. Das bedeutet, dass wir neben den Handbrausen im letzten Jahr mit dem Cockpit Discovery angefangen haben, eine neue Duschsystemfamilie zu etablieren. Diese werden wir in diesem Jahr durch das Cockpit Explorer erweitern. Unser Cludi Cockpit Explorer ist das optimale Duschsystem für die Erfüllung jeglicher individueller Ansprüche. Durch sein zeitloses, kompaktes Design ist es auch sehr gut verwendbar für die Renovierung auch kleinerer Bäder. Durch seine vielen Einstellungsmöglichkeiten bietet es das perfekte Duscherlebnis. Der Thermostat ist sehr ergonomisch und kompakt. Durch die beiden Drehregler, die dem Anwender zugewandt sind, bieten sie eine sehr intuitive und einfache Bedienung. Durch die Touchproof-Technologie wird das Thermostat nicht heiß und schützt dementsprechend vor Verbrügungen. Die Handbrause ist höhenverstellbar und dementsprechend auch für Kinder geeignet oder für Personen, die sich beim Duschen nicht die Haare waschen möchten. Die Kopfbrause ist zudem höhenverstellbar und schwenkbar. Die Wandhalterung ist höhenverstellbar und dementsprechend gerade in der Renovierung auf bestehende Bordlöcher anzubringen. Das Duschsystem besticht durch eine hohe Materialität und Qualität. Die Bedieneinheit zum Beispiel ist komplett ohne Kunststoff verarbeitet und das gesamte Produkt ist made in Germany. Der Kludi Cockpit Explorer ist das perfekte Duschsystem für Jung und Alt sowie für kleine und auch große Bäder im Neubau und auch in der Renovierung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Konfliktatur ist das Konfliktatur und 2 bis 183 Beklarum